Hallöchen, ich bin wieder im Stall, so wie mein Tag gerne gut und freudig beginnt. Ich hatte gestern ein Coaching, ja ich wäre auch selber gecoacht, und habe gestern wieder gelernt, eine neue Art der Dankbarkeit, der Demut, eine neue Art der Erkenntnis, eine neue Art des Selbstwertes kennengelernt. Und was ich dir mitgeben möchte, ist einfach, trau dich einfach zu sein, wie du wirklich sein willst und wie du bist. Guck, warum bestimmte Sachen nicht so sind, wie du sie gerne hättest. Guck, wo der Ursprung liegt, ich kann dir auch helfen, und trau dich einfach du selbst zu sein. Und du wirst merken, mit was für einer Dankbarkeit du das annimmst, wenn du spürst das. Und ich kann dir in deiner Gesundheit, im Alltag nur helfen, wenn du dich bei mir meldest. Und ob ich dir helfen kann, das kriegen wir erst mit, wenn du mich gefragt hast und ich dein Problem kenne. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, wir hören uns und vielleicht melde ich mich später nochmal dazu. Bis dahin! 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 Bis dahin!